Eltern haben die Zeichnungen ihrer Kinder in Kunstwerke verwandelt. Als Kind hat man jede Menge Fantasie, aber kann nicht genau abbilden, was man sich vorstellt. Wir haben versucht herauszufinden, was gewesen wäre, wenn die Kinder professionelle künstlerische Fähigkeiten gehabt hätten. Wir haben die Kinderzeichnungen aus dem Sonnenseite-Team gesammelt und die Eltern dazu angeregt, diese Bilder in ihrem eigenen Stil nachzuahmen. Sieh es dir selbst an. Sie haben sich viel Mühe gegeben und haben ihr Bestes gegeben. Maschinen Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018